Erschöpft landete die kleine Meise an einem ungewohnten Platz. Der Kleiber flog gegen unsere Fensterscheibe. Aber zum Glück schaffte er den Abflug. Dem jungen Kernbeißer gefiel es in unserem Garten. Er kam auch als erwachsener Vogel gern ans Futterhaus. Die große Hitze über 30 Grad machte dem jungen Specht sehr zu schaffen. Aber er erholte sich und schaffte den Abflug. Das war der erste Flugversuch eines jungen Eichelheers. Er saß dort sehr lange, bevor er wegflog.